Diese hier angebotene 3-Zimmer-Mietwohnung ist ab dem 7. Januar 2014 bezugsfrei. Die modernisierte Etagenwohnung befindet sich im Rhein-Sieg-Kreis. Das Objekt wurde 1956 erbaut und wird über eine Ölzentralheizung beheizt. Die Etagenwohnung bietet eine Wohnfläche von ca. 98 Quadratmetern. Die Kaltmiete dieser Etagenwohnung beläuft sich auf 695 Euro. Für nähere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.